Uppala, das ist Omen. Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen heute seit langem mal wieder zu einer Folge und ja, ihr habt ja alle schon sicherlich mitbekommen, was hier so abgeht und dazu muss ich auch nichts weiter, denke ich mal, erzählen. Jeder hat da seine eigene Meinung, aber viele haben halt die gleiche Meinung und das geht sogar gar nicht mehr jetzt aktuell. Und zwar geht das hier um die Puerto Rico, aber da haben ja auch schon so ziemlich alle großen Streamer, die es gibt, haben was dazu gesagt und dementsprechend werde ich das hier natürlich jetzt nicht machen. So, ich finde es, wie gesagt, eigentlich, ich schließe mich, glaube ich, dem Groder-Spieler an hier, dass es eine komplette Frechheit ist einfach, was Wargaming da gemacht hat und nee, also wie gesagt, aber Thema heute ist was anderes und zwar, Lootboxen, ich habe da so ein paar angesammelt, sind komplett verschieden, das sind noch alle Lootboxen von den Black Friday Aufträgen zum Beispiel, da hoffe ich natürlich, dass ich das ein oder andere Premium-Schiff vielleicht drin habe und ich hoffe natürlich jetzt zum Beispiel, machen wir mal hier eben die deutschen, wo haben wir die, Personal-Schiffe, Premium-Schiffe, ich hoffe nicht, dass ich die Schadenhorst B oder die Tippets B zum Beispiel bekomme, denn das wäre ein bisschen ärgerlich, die würde ich wahrscheinlich niemals spielen, weil ich die in der normalen Version schon habe, aber wahrscheinlich werde ich sie ziehen. Wenn ich was ziehe, dann auf jeden Fall die zuerst, aber mal gucken. Und ich habe noch ein, zwei Supercontainer auch mit drin, man kann ja, wenn man die Container hier zieht, ich habe sogar, eigentlich mache ich immer Ressourcen aktuell, weil ich Kohle brauche oder möchte und ab und zu bekommt man aus diesen Ressourcen-Containern ja auch Supercontainer raus, dann habe ich noch durch die Feldzüge hier auch nochmal Supercontainer bekommen, also da müssten auch noch so ein, zwei drin sein, aber wie gesagt, bisher hatte ich noch nie Glück bei sowas, habe immer nur Tarnungen oder Flaggen gezogen, dementsprechend erwarte ich heute eigentlich nicht so viel von den Special-Containern und alle anderen öffnen wir jetzt auch und ich lege einfach mal los, wir machen, ich will mal gucken, wenn das zu lange dauert, mache ich alle, aber ansonsten gehen wir mal gucken, was haben wir da, ach, das ist von der Sammlung, okay. Ja gut, Ressourcen-Container ist natürlich, oh schön, Kohle und zweimal FreieP, das ist immer cool. Ich habe mir neulich über FreieP jetzt die Nelson geholt, die, oh, guck mal an, wow, Wahnsinn. Ja, Kohle ist natürlich eigentlich für mich im Moment so das Hauptaugenmerk. 50 Flaggen, auch nicht schlecht, nehmen wir auch noch mit. Und mal gucken, wann die Black Friday und so Container kommen. Da bin ich ein bisschen gespannt, muss ich ehrlich sagen. Die Sims wäre zum Beispiel ziemlich cool, würde ich mich freuen. Die Massachusetts natürlich, Graf Zeppelin, halt sowas. Das wären so die Schiffe, wo ich wirklich drauf hoffe, aber halt nicht erwarte, dass es kommt. Aber wir gucken einfach mal. So, das ist hier die frostige Tanne. Oh, kann man wohl mitnehmen. Ja, gucken wir einfach mal. Und Twitch-Container ist auch noch dazwischen. Ja, wie gesagt, das ist wirklich alles dabei. Und da kommen auch noch ein paar italienische, die kommen jetzt, glaube ich, alle. Denn ich habe mich neulich, musste ich mich dann mal so ein bisschen langsam entscheiden. Ich hatte 730 Marken und da habe ich irgendwie, keine Ahnung, 20 Container oder was auch immer das waren, genommen. Ähm, ich hätte natürlich auch für die 730 Punkte oder Marken, hätte ich, glaube ich, knapp 20 Tage Premium bekommen können. Aber im Moment, ja, wie gesagt, meine Motivation für World of Warships ist einfach gerade, ähm, also sie ist noch da, aber durch diesen Puerto Rico-Scheiß, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ähm, weiß ich nicht. Da habe ich mir gedacht, nö, was soll ich jetzt mit 20 Tagen Premium, wenn ich da eh nicht so motiviert rangehe. Und deshalb habe ich mir jetzt hier die italienischen Container geholt, um halt da in der Sammlung ein bisschen voranzukommen. Vielleicht kann man ja das ein oder andere hier noch, äh, dann erfüllen. Ich weiß gar nicht, was es da gibt. Habe ich noch nie mal nachgeguckt. Aber wie gesagt, so die 20 Tage Premium oder 17 oder 15 Tage, wie auch immer. Ich hätte es eigentlich, ich war echt drauf und dran, mir die Premium-Tage zu holen, weil ich mir dachte, ja geil, äh, wenn dann so ein schickes Weihnachts-Event kommt, ja, und dann kommt sowas dabei rum. Oh, guck mal hier, cool. Ich habe TNCP. Also echt grauenvoll. Aber wie gesagt, das ist halt, ähm, jeder hat da so seine Meinung. Aber wie gesagt, viele haben halt diese Meinung. Und irgendwie, ich schließe mich da einfach an. Das ist, ähm, absolut lächerlich. Und, ja, keine Ahnung, was, wer sich das ausgedacht hat, wie viele Leute sich das ausgedacht haben. Aber, falls das hier irgendeiner von Wargaming mal sehen sollte, wahrscheinlich eh niemals. Aber feuert diese Leute sofort. Denn, ähm, ich bin berufstätiger Familienvater, habe auch noch ein, zwei Hobbys. Und über die Feiertage möchte ich nicht irgendwie 11 bis 20 Stunden, äh, 2, 3 Wochen lang vorm Rechner sitzen, um World of Warships zu zocken, damit ich einigermaßen die Chance hätte, eventuell mir da eine, eine Stufe Zehner zu erspielen. Ja, es ist eine Stufe Zehner. Das ist auch ganz toll. Aber, Leute, ganz im Ernst, ey. Ganz im Ernst. Dann lieber wie bei W.O.T., so ein Marathon, wo man 10 Stufen hat. Und, wenn du die 8 erspielst, kriegst du halt 80 Prozent. Moment. Ähm, 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 verzeihung. Wenn du die 8 Stufen erspielt hast, dann bekommst du immerhin das Fahrzeug 80 Prozent reduziert. Warum nicht sowas? Oder halt, ähm, es gab ja in der Vergangenheit für die ARP-Schiffe zum Beispiel, für die Schlachter, für die Kreuzer, gab's ja auch Missionen, da hattest du einen Monat Zeit. Aber das war zu schaffen. Das waren nicht so utopische Zahlen, die da drin waren, einfach. Wahnsinn, also, ich war, im ersten Moment dachte ich so, oh geil, einen Marathon guckst du rein. Dachte mir so, okay, ja, da so, weiß ich so, zwei, drei Aufgaben könnte ich vielleicht schaffen. Aber, dann hört's auch irgendwo auf, ne, und, ja. Ich weiß ja nicht, wie's euch geht, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ähm, was ihr davon haltet. Aber, das... Oh, schön, 300 Gold. Äh, Tyblon. Sehr gut, damit könnte ich mir demnächst, glaub ich, dann irgendwann mal auch bald die Roma holen, wenn ich jetzt noch ein bisschen Gold drin hab. Cool. Na, wir gucken mal, was noch so kommt. Ja, 50 Tarnung, toll. Äh, 50 Flaggen. Das ist halt immer dieses, dieser Morgs. Dann irgendwo. Flaggen hab ich genug. Gerade so ne billig Flaggen. Aber okay. Ist es so, es war umsonst, der spielt dementsprechend. Ein neues Hintergrundbild. 800 Kohle. Auch schick. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall hier. Die gibt's immer noch dazu, ne? Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, da müssen wir gleich mal reingucken. Oh, jetzt kommen die Black Friday-Dinger. Und? Vier Tarnung. Ja. Oh Mann, ey, Leute. Ja. Vier Tarnung. Genau. Zwei Tarnung. Alter, wollt ihr mich verarschen, oder was? Andere hatten bei drei Kisten acht Schiffe drin. Meine Fresse. Naja, gut. Wie gesagt, ich erwarte da eigentlich nicht zu viel. Ich kenn das ja schon. Aber das ist ja nun echt. Vier Tarnung? Die Black Friday-Container sind doch Supercontainer. Also, so ne Art Supercontainer quasi, oder nicht? Dachte ich bisher immer. Aber das ist ja eher so ein Restposten. Restpostenkiste irgendwo auf dem Krabbeltisch. Naja. Gucken wir mal, da kommen die Nächsten. Jawoll. Vier Tarnung. Super. Von 2018. Ja. Toll. Gut. Wahrscheinlich muss ich meine Aussage von vorhin revidieren. Und einfach sagen, äh. Okay. Ist mir egal. Hauptsache, ich bekomme überhaupt irgendein Schiff. Also, ich hab da so ein, zwei Leute gesehen, die alle, die auch alle Kisten gespielt haben. Die hatten teilweise echt drei Schiffe da drin, ne? So, Spannung steigt. Ja, Supercontainer. 50 Tarnung. Wow. Klasse. Nächster Supercontainer. 50 Flaggen. Nein. Ja, 100 Flaggen. Juhu. Ja, das ist halt das, warum ich mir zum Beispiel, äh, keine Kisten mehr kaufe. Es ist einfach lächerlich. Es bleibt einfach dabei, ich kriege keine Schiffe aus den Containern raus. Das ist, das waren jetzt wieder zwei und, ähm, oder kommt noch einer tatsächlich. Und, hey, 50 Tarnung. Super. Oh. Ja. Wie gesagt, ähm, das ist halt so eine Sache jetzt, das mit der Puerto Rico zum Beispiel. Das ist super ärgerlich einfach. Äh, ich hab mich mega drauf gefreut, hier so ein bisschen jetzt über die Feiertage auch so ein klein bisschen einfach ein Event zu spielen. Oh, guck mal hier, ein Torpedo-Fisch. Cool. Und, äh, ja, dann kommt sowas bei raus und denkst dir so, ja, geil, brauche ich über die Feiertage auf jeden Fall World of Warships nicht jetzt irgendwie exzessiv zocken. Kann ich mich auf was anderes konzentrieren, auf was Schickes. Und, ähm, ja, also da hört ihr übrigens jetzt, äh, meine Stimme, glaube ich, relativ gut. Und, äh, das, ich hab jetzt endlich mein neues Headset, das hab ich zum Geburtstag bekommen. Hat er am 8.12. Geburtstag. Und, ähm, hab das jetzt tatsächlich ehrlich mal geschafft, das anzuschließen. Und ich bin sehr zufrieden bisher, es sitzt gut, es hört sich gut an. Und, äh, dementsprechend wird es auch die Tage dann mal wieder ein paar Replays geben. Na, ich konnte jetzt die letzten Tage, ähm, das nicht wirklich gut machen. Weil einfach mein anderes Headset so ein bisschen Macken gemacht hat. Im Stream hat man das nicht ganz so tolle gemerkt. Aber, äh, wenn ich versucht hab, Folgen aufzunehmen, komischerweise, ging das irgendwie gar nicht. Ich hatte auf einmal keinen Ton mehr oder Aussetzer. War ganz, ganz komisch. So, 6.000, wow, ist freier Perl, ja, ja. Gut, ja, soviel zu, ähm, ich hoffe auf irgendein Schiff. Vielen Dank dafür. Und jetzt haben wir erstmal alle Kisten geöffnet, auf jeden Fall. Das ist doch schon mal super. Und, äh, ja, Wahnsinn. So, das einzige Schiff, was ich bisher mal aus einer Kiste hatte, Moment mal, ähm, war die, die Molotow. Und das war halt eine Kiste, da war ein Premium 6er garantiert, äh, dementsprechend. Ja, finde ich, das ist ein schicker Schiff, definitiv. Ich hab's aus einer Kiste gezogen. Aber, ich find, das zählt nicht so richtig, weil es halt ein garantiertes Premium-Schiff war. Und ansonsten hab ich aus den, keine Ahnung, ich hab bisher bestimmt 50 oder, oder 50, sagen wir mal 50, das kommt gut hin, auf jeden Fall. Super Container, äh, in meiner World of Warships Karriere hier, äh, rausgezogen. Und ich hatte noch nicht ein Schiff drin. Ja, also wie gesagt, ähm, andere haben da mehr Glück und, ähm, ich gönne euch das auch, definitiv. Aber es ist halt irgendwo deprimierend für andere, die dann irgendwie so gar nichts rausziehen. Und, äh, ja. So ist das manchmal, mal gewinnt man, mal verliert man. Oder, wie man so schön sagt, mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Und, äh, dementsprechend bin ich jetzt hier erstmal durch. Sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hoffe, auch wenn keine Schiffe jetzt dabei waren, das hat euch trotzdem gefallen. Und, äh, wir können auch mal ins Äußere gucken. Dann könnt ihr mal sehen, hier an Flaggen, was ich halt so in den Supercontainer dann drin hatte, ne. Also man kann vielleicht erahnen, auch hier bei Tarnung, mhm, wenn ich denn hier so 85, 52, 90, also da sind schon ein paar dabei, 127, 102, 292, 179, äh, 237. Also da sind, wie gesagt, das, das sind meine Supercontainer. Und, ähm, klar, kann man sich auch da drüber freuen. Aber irgendwann reicht das, finde ich, auch mal. Dann kann man gerne mal ein Schiff zwischendrin haben. Einfach nur, um die Motivation wieder ein bisschen zu steigern. Die jetzt aber im Moment sowieso weg ist, äh, aufgrund, vielen Dank dafür, Wargaming, dieses echt misslungenen Weihnachtsevents. Ähm, ja. Ja, ich hoffe, im nächsten Jahr macht ihr das besser. Und, ja, dieses Jahr ist für mich auf jeden Fall abgehakt. Tschüss. Und, äh, liebe Leute, euch danke ich fürs Zusehen. Wie gesagt, habt eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch. Falls man sich nicht sieht, hört, liest, wie auch immer. Und, ich versuche jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall mit dem neu funktionierenden Headset oder mit dem neuen Headset, was jetzt wieder, oder was natürlich dann noch funktioniert, ähm, bei VOT immer wieder ein paar Replays rauszubringen, damit mein Kanal dann auch bei YouTube mal wieder ein bisschen gefüllt wird. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, habt ihr ja diese schicke lila Twitch-Banner. Ähm, da könnt ihr gerne mal auch mich bei Twitch besuchen, wenn ich streame. Und auch gerne mitspielen, mitschnacken, klugscheißen, Spaß haben, was auch immer ihr wollt. Ich bin erstmal raus, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Aufmerksamkeit.